Herzlich Willkommen zurück! Eine weitere Subnautica Folge hier auf meinem Kanal. Oh, wir müssen uns verdrücken. Nicht, dass wir hier in den Kollegen rein schwimmen, beziehungsweise in den seinen Abgase. Oh, was war das denn? Signale aufgenommen, Nährstoffe. Okay. Keine Ahnung, wo das auf einmal herkam. Aber okay, wir werfen einfach mal ein gefiltertes Essen, äh, gefiltertes Essen, ja auf jeden Fall, gefilterte Nahrung rein. Und zwar, was brauchen wir jetzt alles. Wo ist unsere Basis? Hier. Kracherpulver. Ja, wir waren auf der Suche nach dem Kracherpulver. Und ich hoffe, dass wir hier endlich welche finden. Na? Hitzesignatur? Okay. Könnte ein Unterwasservulkan sein. Warum ruckeln denn das? Das ist ja furchtbar. Oh. Schnell weg. Haha. Diesmal hat er uns nicht erwischt. Hoffen wir, dass wir jetzt Kracherpulver haben. Oh. Schnell hoch, hoch, hoch. Auf jeden Fall habe ich das Kracherpulver erhalten. Das heißt, wir können jetzt zurück und unser Schweißgerät herstellen, endlich. Haben wir hier noch was zum Scannen? Ja. Können wir noch mitnehmen. Wir wollen ja hier alles erforschen. Das können wir leider nicht scannen. Was haben wir hier? Ach, ein Ei. Okay. Wir können sogenannte Aquarien bauen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und in die Aquarien können wir diese Eier reintun. Und ja, anschließend, wenn wir lieb sind, schlüpfen dann diese Kreaturen, die da drin sind. Haben wir das? Halt. Schweißgerät. Sehr schön. Wo hat er sich versteckt? Da. Und da machen wir gleich unser Kommunikationsdings ganz. Genau. Und wenn jetzt hier oben, das hatte ich ja in der ersten Folge schon gesagt, das ist... Genau. Wenn das Ding dann blinkt, haben wir eine Nachricht. Das können wir dann abrufen. So, Energiezelle. Nein. Hier, das müssen wir schweißen. Sehr schön. Alles wieder heile. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt kommt hier schon die erste Kommunikationsgeschichte an. Wir rufen uns einfach mal ab. Genau. Dann brauchen wir noch das Konstruktionswerkzeug. Mit denen können wir dann andere Gegenstände herstellen. Das heißt, wir brauchen einen Computerchip und eine Batterie. Was brauchen wir für den Computerchip? Elektrotechnik wird das Ganze sein. Computerchip. Silbererz und Korallen. Okay. Dann machen wir uns einfach mal auf die Suche. Ich glaube, Silbererz ist bei diesen grünen Biomen. Hm. Einmal das. Wenn es denn mal hier irgendwo kommt. Hm. Genau. Also, wir brauchen... Ich nehme mal den Scanner in die Hand. Okay. Okay. Schön hinterher schwimmen. Ah, nein. Okay. Kika haben wir freigeschaltet. Wunderbar. Dann nehmen wir das Erz hier mit. Erz. Quarz meine ich. Und eine Kiste. Gleich ein Scannen. Solarmodul. Hatten wir das schon? Eins von zwei. Okay. Wir brauchen noch eins. Unsicherheitshalber tauchen wir erstmal auf. Wo sind die grünen Biomen? Ach, da. Okay, das noch. Hier. Und an solchen Wänden... Blei, okay. Blei ist auch gut. Blei brauchen wir für unseren Strahlenschutzanzug. Den werden wir natürlich dann auch als nächstes schnell anziehen. Ups. Dass wir hier keine Strahlung abbekommen. Mobile Wiegelbucht. Ja, sehr schön. Eins von drei. Hier ist noch was. Und dann schnell auftauchen. Solarmodul. Jawoll. Wir haben das erste Stück vollkommen... Vollkommen. Wir haben das erste Stück vollkommen fertig eingescannt. Oh Mann. Na? Okay. Wo haben wir jetzt hier wieder... War den schon? Gas-Pot. Okay. Sagen wir, solange wir vor dem Typen sind, ist alles okay. Dahinter ist es... Äh, ja. Freigeschaltet. Alles klar. Dankeschön. Sehr, äh... Heikel. Schwebefisch. Ach, ich komme hier gar nicht nach. Wir haben hier so viele Sachen. Äh, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. Und zwar wollte ich Silber sammeln. Silberbrocken. Und das wächst meistens hier an diesen... Stellen. Genau da. Kalksteinbrocken. Da könnte Silber drin sein. Titan. Verdammt. Hm. Wo haben wir Silber? Hier vielleicht? Oh, wir müssen auftauchen. Titan. Ach, furchtbar. Hier haben wir Luftblasen. Die können wir einsammeln. Luftblasen. Und es wird dunkel. Ach, ist das scheiße. Wir brauchen Silber. Kupfer. Kupfer. Nein, kein Kupfer. Was haben wir hier? Einscannen. Okay. Wo hat sich das Zeug versteckt? Ja, der Anfang ist natürlich wie immer relativ schwer. Vor allem wenn man das jetzt nicht auf diesen Easygoing-Modus spielt. Da ist noch was. Oh. Blei. Okay. Mit Blei können wir auf jeden Fall schon mal unsere ich glaube, die brauchen wir dazu auch für den Anzug. Ach, verdammt. Ja, wir disponieren erst mal um. Ich mache erst mal folgendes. Ich gucke erst mal, was wir hier für einen Strahlenschutzanzug haben. Da ich ja hier ziemlich schnell die Orientierung verliere. Und nicht weiß, wo ich hinschwimme. Nicht, dass wir irgendwann mal ins Strahlungsdings schwimmen. Und ich kenne mich ja. Dann ist Schicht im Schacht. Genau. So, was brauchen wir dann als nächstes? Also wir werden dann so schnell wie möglich versuchen, hier die Sachen einzuscannen. Welche Sachen, die Kisten, die hier überall rumstehen auf dem Boden. Und natürlich dann auch eine Basis bauen, wo wir ein paar Sachen ablegen können. Und wir sind auch ziemlich schnell unterwegs. Wahnsinn. Inventar ist voll, verdammt. Einen Blick brauchen wir natürlich auch immer auf unsere Nahrung und auf das Wasser. Ich habe das mal im Kreativ, ach Quatsch, Kreativmodus, im normalen Modus gespielt. Und muss ehrlich sagen, Destillieranzug, nein. Fasergeflecht, zwei Stück. Ach, da habe ich genau die falschen mitgebracht. Okay, dann werden wir folgendes machen. Wir werden das umwandeln. Schmierstoff. Brauchen wir später auf jeden Fall. Glas. Titan. Dann packen wir uns das erstmal hier ins Inventar. So. Und zwar... Nee. Ähm... Hat sich's versteckt. Mal hier alles raus. Schmierstoff. Kupfer. Sag mal hier, Blei. Genau. Also Fasergeflecht. Die grünen Sachen brauchen wir. Haben wir jetzt noch Nahrungsmittel? Nee. Ja, wir haben noch unseren Nährstoffblock. Zur Not. So, wir waren in dieser Richtung. Also geht's, äh, wieder zurück. Wir brauchen Silber. Und das Silber wächst halt bei diesen grünen Dingern da. Holen wir uns noch so einen Fisch hier mit. Können wir ja sogar noch scannen, wenn... Genau. Halt. Alles klar. Die können wir auch. Gehen wir mal hier drüber. Da kriegen wir noch, äh, Sauerstoff. Sehr schön. Hätten wir auch das. Oh, hier haben wir wieder was zum Scannen. Ja, am Anfang haben wir natürlich... Oh, Seekleiderfragmen. Sehr schön. Noch zwei. Da können wir uns dann auf jeden Fall mal schneller bewegen, wenn wir das Ding hier haben. Okay. Nein, ich scannen. Einsammeln. Nahrung und so. Bitte. Kupfer, okay. Ja, Kupfer ist auch wichtig, aber wir brauchen jetzt erstmal Silber. Ach, egal jetzt. Garyfisch. Freigeschaltet. Haha, erwischt. Hier haben wir die nächste... Und nochmal, Seekleiderfragment. Da hat es sich ja schon wieder gelohnt für die Folge. Wieder was freigeschaltet. Okay. Okay. Das brauchen wir später für Wasser. Oh, was haben wir hier? Seekleiderfragment. Ach, okay, genau. Da erhalten wir Titan, wenn wir was einscannen, was wir schon... ...abgebaut haben. Nochmal Titan. Wo ist denn das Grünzeug denn? Oh Mann. Also man kann sich, äh... ...zum einen auch Signalbojen bauen. Soweit sind wir aber noch nicht. Und, ähm... Ah, hier. Und zum anderen kann man sich auch noch einen Kompass basteln. Das habe ich schon mal gesehen. So, wir gucken, wie das funktioniert. So, äh... Das sagt unser Inventar. Weil wir brauchen Fasergeflecht. Auch. Und das geht... Na? Das war jetzt aber ein übler Ruckler. Oh mein Gott. Äh, wo ist die Pflanze hin? Reichen zwei? Drei haben wir. Ach, genau. Die können wir ja auch futtern. Hilft natürlich nur... ...minimal. Aber immerhin... ...futter. Und da ist wieder was zum Scannen. Basisreaktor. Okay, Bioreaktor. Biore... Ach. Ja. Bioreaktor. Soweit ich... ...weiß, kann man damit... Oh, scheiße. Was war das? Kupfer. Ich will kein Kupfer. Ich möchte gerne Silber. Kupfer. Titan. Das hört sich auf jeden Fall... ...sehr ungesund... Scheiße. So, wir werfen das mal... ...zure Sicherheit ein. ...und holen uns gleich... ...und holen uns gleich... ...auch schon wieder den nächsten... ...verbandskasten ab. Ohne sollten wir hier auf jeden Fall nicht außer Haus gehen. Jedenfalls nicht im Hardcore-Modus. Blei... ...Kupfer... ...oh man... ...oh man... ...wir brauchen Silber. Hm. Keine Steinchen. Doch, hier ist noch ein. ...Titan. Oh mein Gott. Das ist aber auch scheiße. Inventar ist auch gleich voll. Hm. Kupfer. So, egal. Jetzt nehme ich wieder den hier mit. Wenn ich ihn denn bekomme... ...we brauchen Wasser. So, dann haben wir hier noch einen Stein... ...aber da wird auch wieder Kupfer drin sein. Ja. Verdammte Axt. Oh, was schwebt denn da? Sehr interessant. Na, kriegen wir den? Ja. Vielleicht noch einen Pieper. Okay, haben wir auch gescannt. Können wir ihn einfangen. Inventar voll. Na, tolle Ost. Oh man. So, dann... ...schnell was zu trinken machen. Dann haben wir hier was zu essen. Wasser. 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 Sehr schön. Dann wieder einen Verbandskasten mitnehmen. Ja, um... ...die Nachricht hören wir uns dann in der nächsten Folge an. Das war's erstmal wieder. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal, dass wir uns mal hier uns um den Seekleider kümmern. Und natürlich Silber, Silber, Silber. Also. Ich sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Ciao. Und... Bye-bye.